Liebe Studierende, willkommen zur elften Videoübung des Semesters, wo wir eine durch die Erde fallende Kugel betrachten. Ich habe versucht hier mit dieser schematischen Darstellung sozusagen die physikalische Situation darzustellen. Wir haben unsere Erde, wobei von der Erde Radius der Erde bekannt ist, sowie die totale Masse der Erde und man betrachtet tatsächlich ein Loch auf diese Achse der Erde und durch das Loch, eben durch den Erdmittelpunkt der Erde selber, fällt dann eine Kugel, die wir vorübergehend mit der Masse klein m beschreiben oder bezeichnen können. Bei der Zeit T0, meine Kugel befindet sich gerade an der Oberfläche der Erde und eben mit einer Anfangsgeschwindigkeit gleich 0, beginnt dann eigentlich im Loch zu fallen. So bei einer beliebigen Zeit T, verschieden von 0, können wir sagen, dass meine Kugel zum Beispiel in dieser Position sich befindet und ich führe deswegen ein Bezugssystem ein mit dieser vertikalen Achse, wobei Ursprung des Bezugssystems mit dem Erdmittelpunkt übereinstimmt. So mit dieser Variable R bezeichne ich die Position im Loch, also durch diese Bohrung auf der Achse der Erde, meiner Masse, meiner Kugel, zur Zeit T. Und schlussendlich müssen wir mit dieser Übung die Bewegung dieser Kugel durch das Loch, eben auf dieser Achse durch den Erdmittelpunkt mathematisch beschreiben und definieren. Das heißt, wir sollen erstens die Bewegungsgleichung beschreiben und eigentlich definieren. Und um die Bewegungsgleichung zu beschreiben, müssen wir uns überlegen, was für Kräfte im Spiel sind. Nochmals, als Hauptergebnisse dieser Aufgabe ist die gesuchte Funktion R von T, die mir die Lage der Masse in diesem Loch bei jeglicher Zeit T beschreibt. Jetzt die Kräfte, die auf diese Kugel der Masse m wirken können, sind gravitationeller Natur. Und wie die Gravitationskraft allgemein aussieht, ist auch bekannt, ist Masse 1 mal Masse 2 geteilt durch den Abstand im Quadrat zwischen beiden Masse, dazu noch das Ganze multipliziert mit der Gravitationskonstante. Was es aber hier wichtig ist, ist zu definieren, die effektive Masse der Erde, die tatsächlich wirksam ist. Im Inweis wird gesagt, dass eine homogene Kugelschale keine Kraft auf einen Körper im Inneren der Kugelschale ausübt. Hier können wir die Situation so verstehen, bei dieser Zeit T größer als 0 befindet sich meine Masse zum Beispiel hier und die erwähnte Kugelschale im Inweis ist tatsächlich diese Kugelschale umherum. In anderen Worten, man sagt im Inweis, dass die effektive Masse, die wirksam ist, um die Gravitationskraft, die Schwerkraft eigentlich auf diese Kugel, zu definieren, ist die Masse, die enthalten ist in der Kugel mit Radius R, wobei mit R definieren wir zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig auch die Position der Masse. So, die Masse der Erde, die effektive Masse der Erde, die dann für die Gravitationskraft wirksam sein wird, lässt sich dann so schreiben, die Masse bei dieser Position R ist dann gleich die Dichte der Erde, das ist die Masse der Erde geteilt durch Volumen der Erde. Das ist eigentlich ein bekanntes Problem, weil wir kennen die Masse der Erde, die totale Masse der Erde, sowie ist eine Angabe des Problems, kennen wir Radius der Erde selber. Und dann müssen wir dies multiplizieren mit dem effektiven Volumen bei einer bestimmten Position R. Wenn wir das ausschreiben, ganz explizit, was dann übrig bleibt, ist die Masse der Erde mal ein Verhältnis zwischen R hoch 3, das wäre die Position der Masse hier bei der Zeit, D geteilt durch Radius der Erde hoch 3. Wir können jetzt mit dieser effektiven Masse dann die effektive Kraft tatsächlich beschreiben. Das heißt, die Kraft, die Gravitationskraft, die auf diese Kugel der Masse M wirksam sein wird, ist dann nach dem Gravitationsgesetz, die Gravitationskonstante G, mal die Masse meiner Kugel, mal die effektive Masse der Erde, die wirksam ist, das wäre dann diese Masse bei der Position R, geteilt durch R im Quadrat. Und wenn ich das explizit schreibe, mit Hilfe dieser vorherigen Rechnung, was ich dann bekomme, ist die Gravitationskonstante mal die totale Masse der Erde, mal die Masse meiner Kugel, geteilt durch Radius der Erde hoch 3 und das Ganze multipliziert mit R. Das ist eine interessante Formel, weil wir sehen, dass in dieser experimentellen Situation die effektive Kraft, die auf meiner Kugel der Masse M wird, ist eine Kraft gravitationelle Natur, ist aber eigentlich gegeben durch eine Konstante, das können wir als K bezeichnen, multipliziert mit der effektiven Lage der Kugel in diesem Loch zur Zeit T. Das heißt, wir haben eine Situation, die wir schon eigentlich kennen, aus der Diskussion von unserem mechanischen Pendel und ich habe hier schon eine Zeichnung vorbereitet. Tatsächlich, wir haben ganz am Anfang der Diskussion von Schwingungen, diese experimentelle Anordnung betrachtet, wo wir eine Masse M schwingen lassen, längst diese horizontale Achse und die Schwingung ist verursacht durch eine rückstellende Kraft, die nach dem Uck'schen Gesetz, das heißt im Rahmen der lineare harmonischen Approximation, proportional ist zur Auslenkung aus der Ruhelage meiner Masse. Diese Kraft ist eben geübt auf meine Masse bei dieser Feder mit der Federkonstante F, das ist die Starrheit oder Steifeit der Feder selber und wenn wir die Masse aus der Ruhelage verschieben, die Ruhelage ist so definiert, wo keine Kraft auf die Masse wirksam ist, weil in der Ruhelage meine Feder ist nicht ausgedehnt, aber auch nicht komprimiert, aber jedes Mal, dass wir eine Auslenkung x verursachen, dann wirkt eine rückstellende Kraft, die eben in der entgegengesetzten Richtung als die Auslenkung wirksam ist, deswegen ein Minusvorzeichen hier. Aber das ist ganz identisch wie unsere Überlegung für diese Situation, wo eigentlich die wirksame Kraft gravitationelle Natur ist. Aber in dieser experimentellen Anordnung, diese Kraft ist eigentlich proportional zur Auslenkung meiner Masse, die sich im Loch bewegt, relativ zum Mittelpunkt der Erde selber. Und wir können eigentlich sofort sagen, dass diese Situation von einem mechanischen Sternpunkt aus ist völlig äquivalent zu dieser Situation, weil diese Kraft, gravitationelle Natur, wirkt immer in Richtung des Zentrums der Erde, das heißt immer in eine Richtung, die entgegengesetzt gerichtet ist als die relative Position in diesem Bezugssystem meiner Masse selber. So, in diesem Bezugssystem, meine Masse zur Zeit t hat diese Position hier, aber die Kraft wirkt in deren Gegensätze gerichtet. So, man kann sagen, dass effektiv von einem vektorellen Sternpunkt aus hat man mit einer Kraft gravitationelle Natur, die aber die gleiche Wirkung oder die gleiche Bedeutung hat wie eine rückstellende Kraft, wie bei unserem mechanischen Pendel. Wenn wir jetzt die effektive Kraft berechnet haben, die tatsächlich auf diese Masse wirksam ist, so vektoriell soll ich noch vielleicht so schreiben, mit dem Minusvorzeichen, dann können wir die Bewegungsgleichung in dieser Situation nach dem Newton'sche Gesetz auch sofort schreiben. Das heißt, die Bewegungsgleichung ist die Masse der Kugel, die Masse, die sich tatsächlich bewegt, mal die Ortskoordinate, die mir die Position dieser Masse beschreibt, und zwar die zweite Ableitung nach der Zeit, das wäre mein Trägheitsterm, und dann dazu noch die wirksame Kraft, das ist eben diese rückstellende Kraft. Und das muss gleich Null sein, weil keine weiteren Kräfte im Spiel sind. Hier verzichte ich dann auf die vektorielle Schreiweise, weil wir haben quasi vom Bezugssystemstandpunkt aus eine eindimensionale Situation, so alle vektorielle Größe sind gerichtet in der gleiche Richtung, also längs sozusagen diese Achse. Aber das ist die typische und wohl bekannte Differenzialgleichung für eine harmonische, sogar ungedämpfte Schwingung. Und wir wissen, wie diese Gleichung sich allgemein lösen lässt. Die Funktion r von t als guter Ansatz für die Lösung dieser Differenzialgleichung ist allgemein eine Amplitude mal Cosinus von Wt, das wäre dann die Kreisfrequenz, die Eigenfrequenz der Schwingung mal die Zeit plus eventuell eine Phasenverschiebung. Wobei die Amplitude und die Phasenverschiebung lassen sich dann via den Anfangsbedienungen des Problems oder der Aufgabe definieren. So, wir haben eigentlich gesehen bei dieser physikalischen Situation, wo effektiv die Kräfte, die im Spiel sind, die gravitationelle Natur sind, aber wir haben gesehen, dass die resultierende Bewegung eigentlich eine Schwingung ist. So erfüllt die typische Differenzialgleichung einer harmonischen, ungedämpften Schwingung. So, meine Masse, also meine Kugel der Masse M, wird quasi in dieser Situation schwingen auf diese Achse. Ganz ähnlich wie unsere Paradebeispiel, wo wir die Schwingung bei den mechanischen Pendels hier betrachtet haben. Jetzt die Anfangsbedienungen sagen, dass eben bei der Zeit t gleich 0 die Position meiner Masse bei dieser Zeit 0 entspricht dem Radius der Erde und wir wissen auch, dass die Bewegung losgeht mit einer Geschwindigkeit bei dieser Zeit 0, wobei diese Geschwindigkeit tatsächlich 0 ist. Also mit dieser Anfangsbedienung folgt sofort, das ist wirklich eine ganz einfache Rechnung, dass selbstverständlich diese maximale Amplitude der Schwingung ist identisch mit dem Radius der Erde und die Phasenverschiebung gleich 0 ist. Das heißt, es gibt keine Phasenverschiebung. Wenn wir jetzt diesen Ansatz spezifisch definieren mit der Anfangsbedienung und sogar in diese Differentialgleichung einführen, dann können wir sofort, wie wir in der Vorlesung gesehen haben, können wir die sogenannte Eigenfrequenz W der Schwingung definieren. Aber wegen der Analogie zwischen dieser Situation und der Situation des mechanischen Pendels können wir sofort sagen, dass die Eigenschwingung ist gleich der Wurzel von rückstellender Kraft, also von der Feder, Konstante F durch M. Wobei M ist die Masse, die tatsächlich schwingt. In unserem spezifischen Fall die Eigenfrequenz ist gleich der Wurzel des Verhältnisses zwischen dieser Konstante, die mir die rückstellende Kraft beschreibt, in unserem Fall wäre es K, geteilt durch die Masse der Kugel, die tatsächlich hier schwingt. Wenn wir jetzt diese Formel für K einsetzen, sehen wir, dass das Ganze, also meine Eigenfrequenz, ist dann gleich der Wurzel zwischen von G als Gravitationskonstante die Masse der Erde geteilt durch Radius der Erde hoch 3. Und wir haben für sämtliche Parameter hier die numerische Werte, so wir können die Eigenfrequenz sofort berechnen. Und interessanterweise sehen wir, dass bei dieser Diskussion die tatsächliche Masse der Kugel, also die Masse des Körpers, der sich eben hier schwingt und bewegt, und sich bewegt, ist eigentlich nicht ein wesentliches Parameter des Problems. Wir haben diese Größe, diese Masse quasi fiktiv und vorübergehend eingeführt für unsere Überlegung, aber fehlt dann vom Problem aus. Deswegen ist diese Masse der Kugel ist auch nicht explizit in der Fragestellung definiert. Dann, man fragt, nach der Maximalgeschwindigkeit, die diese Kugel erreichen kann bei dieser Schwingung, bei dieser Bewegung im Loch durch den Erdmittelpunkt. Und wir haben eigentlich, wegen der Analogie, wissen wir schon, welche ist die Antwort. Wir wissen, dass als Folge der rückstellenden Kraft meine Masse wird beschleunigt und erreicht somit eine maximale Geschwindigkeit, genau wenn die Masse bei der Ruhelage vorbeifährt. Weil bei dieser Ruhelage ist in diesem Punkt die effektive rückstellende Kraft 0, das heißt, es gibt auch keine Beschleunigung mehr auf die Masse und die Masse sollte von dem Punkt an, wenn keine Kräfte dann weiter im Spiel sind, mit der maximalen erreichten Geschwindigkeit weiterfahren. So, wir können sofort sagen, dass die maximale Geschwindigkeit ist erreicht, in dieser analogen Situation, wenn meine Kugel genau durch den Erdmittelpunkt hier vorbei läuft. Aber das können wir auch explizit berechnen. Wir kennen jetzt die Funktion r von t, die mir als Funktion der Zeit die Bewegung dieser Masse längs diese Achse beschreibt. Ich kann erstens zum Beispiel suchen, bei welcher Zeit habe ich die maximale Geschwindigkeit. Das heißt, das wäre die Zeit, wo die Beschleunigung 0 sein muss. So, ich kann diese Funktion, diese explizite Funktion, nach Erfüllung der Anfangsbedienungen. Ich kann die zweite Ableitung nach der Zeit berechnen und suchen, für welche Zeit t diese Funktion ist tatsächlich 0. Die Rechnung ist wirklich ganz einfach und überlasse ich Ihnen, die Rechnung ist sehr gut dokumentiert in der Musterlösung, aber wenn Sie diese Gleichung lösen nach t, finden Sie, dass diese Zeit t, nennen wir tm, ist die Zeit, wo meine Masse durch den Mittelpunkt vorbei fährt. Oder sagen wir so, ich gehe eigentlich zu schnell hier, das ist die Zeit, wo die Beschleunigung 0 ist, das heißt, wo die Geschwindigkeit maximal dann sein soll. Wir sehen aus der Rechnung, oder wir würden sehen aus dieser Rechnung, dass diese Zeit ist nicht anders als Pi geteilt durch zwei Mal die Eigenfrequenz der Schwingung. Aber das, wenn wir das ein bisschen umformen, ist nicht anders als die Periode der Schwingung geteilt durch 4. Und das ist erwartet, gerade wie ich vorher gesagt habe, weil bei der, wenn wir als Anfangsbedienung diese Situation betrachtet, wo die Masse mit der Anfangsgeschwindigkeit 0 bei dieser maximalen Auslenkung losgeht, wir wissen, dass das erste Mal, dass die maximale Geschwindigkeit erreicht ist, entspricht ein Viertel der Periode der gesamten Schwingung. Das bestätigt nochmals unsere Analogie zwischen beiden Situationen. Wenn wir jetzt aber die Zeit kennen, wo die Beschleunigung 0 sein soll, deswegen die Geschwindigkeit maximal ist, können wir dann sofort die Geschwindigkeit berechnen bei dieser Zeit. Das heißt, wir sollen erstens die Funktion einmal nach der Zeit ableiten, das ist die Definition der Geschwindigkeit, um dann eben diese Zeit einzufügen und haben wir dann die maximale Geschwindigkeit. Das wäre dann gleich die maximale Geschwindigkeit der numerischen Werte dieser maximalen Geschwindigkeit, können Sie mit dem Taschenrechnen berechnen. Aber eben die Probleme, und ich habe quasi schon die Lösung angedeutet, also die Aufgabe, fragt auch, wie viel Zeit benötigt man, damit diese Masse, diese Kugel, bis zum Erdmittelpunkt ankommt, nach dem Anfang der Schwingung. Ich habe bereits gesagt, dass diese Zeit ist, die Zeit, die notwendig ist, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen, und deswegen diese Zeit ist, was wir schon berechnet haben. Aber auch wenn wir diese Überlegung nicht machen würden, können wir ganz brav nochmals die Funktion berücksichtigen, die mir die zeitliche Entwicklung der Bewegung der Masse in diesem Loch beschreibt, und ich kann tatsächlich R von T gleich 0 setzen, das heißt, ich suche, bei welcher Zeit T meine Masse bei dem Erdmittelpunkt sich befindet. In diesem Koordinatensystem bedeutet das, R von T muss gleich 0 sein. Und wenn ich brav die Rechnung mache, dann bekomme ich nochmals Tm, das heißt, genau die gleiche Zeit, die ich vorher berechnet habe, um die maximale Geschwindigkeit zu definieren. Das war eine interessante Übung, wobei wir aus einer Situation der Mechanik, wo eigentlich die wirksame Kraft, eine Kraft gravitationelle Natur war, eine Bewegung festgestellt haben, die eigentlich eine ungedämpfte harmonische Schwingung ist. Und wir konnten dann die Bewegungsgleichung schreiben, die sich mit diesem Ansatz lösen lässt. Und aus dieser Funktion lassen sich dann sämtliche Fragen der Aufgabe beantworten. Ich freue mich auf nächste Videoübungen mit Ihnen.